Hallo liebes Viva-Team, ich heiße Frozan, ladet mich ein, ich werde definitiv frischen Wind in eure Studios bringen. Außerdem garantiere ich euch, den ein oder anderen Flachwitz im Pette zu haben. Hallo, ich bin Tiffany, ich würde mich super mega doll über diese Chance freuen und hoffe, dass ihr mir diese Möglichkeit ermöglicht. Hallo liebes Viva-Team, ich bin Lena Thurm, ich bin Schauspielerin und ich habe richtig Bock, Viva zu moderieren. Viva-Moderator, diesen Beruf mag ich sehr. Hey, ich bin Philipp und als ich gehört habe, Viva sucht neue Moderatoren, war mein erster Gedanke, es wäre mega cool ein Teil davon zu sein. Hier war für euch Bilal, dieses Gesicht und diese Kurven gehört bei der Kamera, ich habe tausende Talente. Mit mir hättet ihr Unterhaltung vor, da ist ein Versprechen, ain't nobody got time for that. Das ist doch jetzt nicht so schwierig, irgendwas zu sagen, meine Fresse. Hey liebes Viva-Team, ich bin Milena. Mann, das kann doch alles nicht wahr sein. Okay, guck das mit dieser Zippel hier die ganze Zeit so raussehen. Und so schnell kann es gehen, wir sind schon bei Platz 1 gelandet. Hallo, ich bin Hanna Scholz. Ich bin die Richtige fürs Viva-Team, denn ich bin kommunikativ, aktiv, lebenslustig. Ich vermute ja auch immer, ich habe eine Schweißdrüsenüberfunktion. Ey Viva, ich habe gehört, ihr sucht Moderatoren. Mein Name ist Ani Dilara und bewerbe mich hiermit als Viva-Moderatorin. Wie geil ist das denn? Ich bin Tava Husi. Wenn Berlin oder Kreuzberg eine Stimme hat, dann ist es auf jeden Fall die von Ufo. Hey, what's up everyone? Ich bin Aisha und ich habe gehört, Viva sucht mich. Ansonsten habe ich nur merkwürdige Talente. So, beim chillen. Hello? Viva, I'm right here.